Herzlich willkommen zu unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute, diesmal wieder Demokratie-Pur-Talkshow, freie Argumente-Plattform. Ja, Parteimitglieder und Wählerinnen befragen Experten, Reformer zu besserem Wahlprogramm mit Potenzial 56 Prozent. Leider hat es irgendwie das Wir-2020-EU-Mitglied heute nicht geschafft, aber wir haben wieder Orga-Team der FRAG-Partei, wobei wir heute dann das auftrennen werden. Eine Person wird eher für die FRAG-Partei stehen und die andere als Experte eingesetzt sein, sozusagen. Und wie immer geht es ja bei unseren Sendungen eben auch darum, um die News zu Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Klaus Köhnlein, Reuter Rosen. Also was wird aus dem Idee der neuen großen Volkspartei? Das haben wir hier immer im Hinterkopf, sozusagen. Immer, ist immer im Hinterkopf. Und jetzt mache ich mal diese Präsentation aus, damit Sie die Gäste schon mal sehen können. Ich muss hier hin. Ich gehe hier hin. Ich beende die Präsentation. Die müsste jetzt verschwinden. Und da sehen Sie heute hier Herrn Wagner. Der spricht heute eher als Experte, als Reformer zu uns. Herr Eckenberger wird so fragen, was ihn persönlich auch an einem möglichen Wahlprogramm interessieren könnte und was vielleicht auch andere als Reformen mal in ganz anderen Bereichen interessieren könnte. Und mein Begrüßungsstatement beginnt mit einer Sache. Ich habe die Rücksprache auch mit einigen unserer Professoren, hat neue Impulse gegeben. Die haben mir neue Impulse gegeben. Die sagen, wir müssen uns klar sein, eigentlich tritt der Weltrat und die Next Scientists for Future an, um anderen Menschen anzubieten, sich zu entmanipulieren von den vorteilbringenden Irrtümern. Und ich erwähne es jetzt nur einmal, dass die vorteilbringenden Irrtümer ja in den Köpfen der Opfer sich eher als parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes umwandeln. Ich soll aber in Zukunft nur von vorteilbringenden Irrtümern sprechen, wobei dann eben nicht ganz klar ist, ob die, wenn ich einen vorteilbringenden Irrtum im Kopf habe, ist es meistens einer, der anderen Vorteile bringt, aber mir schadet. Das ist das Wesen des Parasitismus in unserer Kultur, des antikooperativen Anteils. Und wir sprechen dann jetzt ganz bewusst von das Manipulative, das Antikooperative, das Manipulative, das Parasitäre. Das heißt, und das ist in der Gesellschaft das Problem, wir hatten jetzt in den letzten Talkshows und das ist in dieser Einführung jetzt nochmal der Rückblick, wir hatten ja mehrere Vertreter bestimmter politischer Konzepte, mit denen ich unterschiedlich stark kritisch aneinander geraten bin und mich auch kritisch geäußert habe zu deren Konzepten. Und das war vielleicht der falsche Ansatz. Vielleicht hätte ich sagen sollen, sind wir denn, und das ist jetzt mein Prinzip dieser Talkshow heute, sind wir denn offen dafür, dass die anderen uns vielleicht sagen, hoppla, vielleicht hast du da einen vorteilbringenden Irrtum einer Sparte, wie zum Beispiel der Sozialsparte oder der Pharma- und Impfsparte und Testsparte und so weiter, übernommen und glaubst vielleicht einen vorteilbringenden Irrtum, der für anderen vorteilbringender Irrtum ist, aber wir selber sind das Opfer und für uns ist dieser Irrtum eher schädlich. Und es war nämlich so, dass eigentlich, wenn ich zurückblicke auf die früheren Talkshows, dann waren die Argumente eigentlich die Argumente der Sozialsparten. Es waren immer Argumente zum Beispiel einer brachialen Umverteilung von oben nach unten, also Reichtum wegnehmen von den Reichen, was aber zur Folge haben könnte, dass dadurch Arbeitsplätze Schaffer abwandern und am Ende mehr Sozialfälle in Deutschland, mehr Arbeitslose in Deutschland übrig bleiben. Und dann die einzigen, die am Ende gewonnen haben, die Sozialspartler sind, weil sie wieder mehr Kundschaft haben und wieder größere Karrieremöglichkeiten und Aufstiegsmöglichkeiten in einer ständig wachsenden Sozialsparte sozusagen haben. Und dann waren so Konzepte dabei wie, ja, es waren lauter Konzepte, die eigentlich, wenn man sie zu Ende denkt, in ihren Folgewirkungen immer wieder nur die Armee der Arbeitslosen, der Obdachlosen und der Sozialfälle vergrößert hätten. Und daran meine Kritik hätte ich so formulieren müssen, könnte es nicht sein, dass sie eigentlich in erster Linie einfach wie wir so alle auf die bestimmte vorteilbringende Irrtümer bestimmter Industrien oder Sparten oder Behörden reingefallen sind, die eigene Interessen vertreten und die eine starke Multiplikationsmacht haben und ihre vorteilbringenden Irrtümer unheimlich effizient über alle Medien sozusagen ausbreiten können. Und man kommt dann leicht in den Irrtum zu denken, diese immer wiederholten Irrtümer wären Wahrheiten. Und so kommt es dann zu bestimmten Konzepten. Also die Grundfrage generell für diese Sendung, die ich mir vorgenommen habe, ist, sind wir offen dafür, dass das Antikooperative, das Manipulative, dass das Parasitäre, die vorteilbringenden Irrtümer anderer Sparten uns infiziert haben könnten und uns glauben lassen, dass die Welt anders ist, als sie real ist. Und der Weltrat versteht sich in erster Linie nextscientistforfuture.de als das entmanipulierende Element, also das Element, was sagt, sozusagen, Leute, könnte es nicht sein, dass man euch bestimmte Irrtümer in die Köpfe gepflanzt hat und ihr die auch in eurem Reformkonzept und eurem Expertenkonzept eingebaut habt und damit eigentlich sozusagen eher nur Rhetorik macht für die Vorteile einer bestimmten Sparte. Und sehr häufig ist es offensichtlich die Sozialsparte, die ganz viele politische Konzepte beeinflusst hat. Ja, denn bis jetzt haben wir nämlich festgestellt, wenn wir selber Reformen beschreiben, dann prallen wir immer auf die vorteilbringenden Irrtümer bestimmter Sparten, die in den Köpfen anderer sind. Die einen glauben uns nicht, wenn wir die Impf- und Pharmaindustrie kritisieren und sagen, das sind alles Engel, das ist alles Bestens. Und die anderen glauben uns nicht, wenn wir sagen, nee, das bringt ja nur Vorteile für die Sozialsparten, weil dann es noch mehr Sozialfälle gibt. Ja, das war meine Einführung. Und Herr Eckenberger, vielleicht beginnen Sie einfach mal so, indem Sie so fragen, was wir, was die Next Scientists for Future neben dieser umfassenden Demokratisierung Deutschlands, die können wir natürlich auch noch mal besprechen, unser Demokratisierungsprogramm. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, meine Erfahrung ist, dass die Wähler mehr wollen, als nur über Demokratisierungsprogramme zu reden, sondern auch noch wissen wollen, ja, und in welche Richtung denkt man denn sonst so noch? Was soll denn sonst noch besser werden? Vielleicht wird ja mit mehr Demokratie nicht unbedingt alles besser, wenn gar keine Ideen da sind, wie man das verbessern könnte. Also sozusagen, wie können wir trotzdem schon mal ein paar Ideen vorbesprechen in Richtung Reformen, damit die Wähler sich schon auch mal vorstellen können, was dieser Vorteil von noch mehr Demokratie sein könnte in der Praxis. Ja, Herr Eckenberger, schalten Sie Ihr Mikrofon ein und sagen Sie einfach mal was. Ja, danke schön. Das ist jetzt ein bisschen, also ich weiß ja jetzt schon einiges über Sie und soll jetzt so tun, als ob ich die Fragen habe, weil auch gerade kein anderer da ist, aber ich tue mein Bestes. Also, ja, also so wie ich das verstanden habe, ich kann ja einfach mal nichts so tun, als ob ich es nicht weiß, sondern einfach sagen, was ich verstanden habe und dann überlasse ich Ihnen das Feld. Das fühlt sich gerade ehrlicher an. Gerne, gerne. Ich habe es so verstanden, der erste Schritt ist, dass das Gesundheitswesen so verändert wird, dass Hausarztkommunen gebildet werden von Ärzten, die nicht mehr versuchen, ihr Geld damit zu machen, kranken Menschen Medikamente für die Symptome zu verkaufen, sondern dass die Ärzte dafür entlohnt werden, dass sie präventiv ihre Klienten, ihre Patienten beraten, wie der Mensch durch seinen natürlichen, freudigen Lebenswandel auch sowieso in seiner Kraft bleibt. Und dass bei der Gelegenheit ganz viel Geld eingespart wird im Bereich Krankenversicherung, was dann in andere Problembereiche so gesteckt werden kann, dass die Leute, die aus den Problembereichen dann ähnliche Gewinne weiter behalten, aber weniger schädliches Verhalten für diese Gewinne machen müssen. Und ein wesentliches Element scheint diese ständig gemessene Wohlfühlstimme zu sein. Und ich nehme an, das ist eben was sehr greifbar Basisdemokratisches. Und vielleicht wollen Sie das jetzt noch ein bisschen weiter ausführen. Mir liegt noch ganz kurz auf der Zunge, dass es scheinbar darum geht, dass jeder Lebensbereich scheinbar sehr oft nachgemessen wird. Fühlt sich der Bürger gesund? Fühlt er sich glücklich? Hat er das Gefühl, soziale Sicherheit zu genießen? Also alle Fragen werden ständig geprüft und alle Leute, die Einfluss darauf haben, also zum Beispiel eben der Hausarzt auf die Gesundheit, der Ernährungsmittelhändler, auf die Gesundheit der Produkte, die Politiker, inwiefern sie soziale oder militärische Sicherheit oder was auch immer leisten. Das wird ständig gemessen und ständig sind verschiedene Experten mit Alternativlösungen zu den aktuellen Lösungen im Gespräch, sodass der Bürger, der unzufrieden ist, scheinbar schnell die Möglichkeit hat, einen Experten mit einer alternativen politischen Lösung stärker in die Handlungsspielräume zu bringen. Ja, jetzt überlasse ich Ihnen mal oder dem guten Herrn Wagner, wie Sie wollen. Ja, danke schön. Jetzt fangen wir mit dem Drei-Minuten-Rhythmus an für uns beide, Herrn Wagner und für mich. Ich fange an kurz. Ja, genau richtig. Vieles davon, glaube ich, ist genau gut getroffen. Es soll so sein. Also die Wohlfühlstimme ist kein Muss. Ich finde sie nur toll. Also die ist aber kein Muss. Wir haben noch die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten als weitere Daten, die wir zur Grundlage nehmen können. Aber richtig ist, dass wir alle, nicht nur die Ärzte, die werden von sich aus alles investieren in Gesundheitskommunen, weil sie kriegen ja Verdienstzuschüsse nur noch, wenn es den Menschen besser geht als vorher. Und verglichen auch besser geht als bei ihrer Vorgeschichte und Vor-Krankengeschichte und Familiengeschichte zu erwarten gewesen wäre. Und der Witz ist, dass wir alle Unternehmen quasi ins Gesundheitswesen reinziehen. Alle. Ja, also nicht nur den Lebensmittelhändler, der Supermarktleiter, der den größten Verdienstzuschuss kriegt, wenn ich nie krank werde. Ja, sondern alle Unternehmen, weil die Unternehmen quasi zuständig sind für die Gesundheit der Kunden, der Anwohner und der Mitarbeiter. So, das stellen wir uns vor, ein Unternehmen, das also eine Giftwolke ausstößt, ja, und damit seine eigenen Mitarbeiter vergiftet und die Anwohner vergiftet. Das wird anhand der Wohlfühlstimmen oder der Gesundheitsdaten, der Langlebigkeitsdaten, der Anwohner, der Kunden und der Mitarbeiter wird sein Verdienstzuschlag reduziert und dann geht man im Wettbewerb mit der Konkurrenz pleite, weil die Konkurrenz kriegt größere Verdienstzuschläge, ja. Und so lenken wir eigentlich, und Sie haben es ganz richtig gesagt, bei uns geht es nicht darum, ein paar Gelder hin und her zu schieben. Geld interessiert mich überhaupt nicht. Je weniger Geld ich habe, desto gesünder ernähre ich mich, ja, weil je mehr Geld, desto mehr ungesunde Stoffe hole ich mir dann, oder so, ja. Also Geld hat mich noch nie glücklich gemacht, ja, sondern das geht doch um die Lebensfreude, die Lebenslust und die Lebensqualität. Und unser Wunsch ist natürlich, dass dann aus den Hausarztgesundheitskommunen nach und nach erste sozusagen mehr Generationen Wohngemeinschaften entstehen, dass also Projekte wie Sie, Herr Eckenberger, plötzlich ganz gefragt werden und auch Ihre Erfahrung in Projekten und so weiter gefragt wird. Und dass es wieder zum Normalfall wird, dass einige, immer mehr Leute ausprobieren, wie fühlt sich das dann an, vielleicht in einer nicht mehr sexuell unterdrückten Wohngemeinschaft zu leben, die, wenn die gesamte Wirtschaftsordnung kein Interesse mehr an der Sexualitätsunterdrückung hat. Also Herr Wagner, das ist ja auch dieser neue Gedanke. Es gibt dann sozusagen kein Interesse mehr mehr an der Unterdrückung des Liebeslebens, ja, weil ja man ja nicht durch mehr Konsum mehr Geld verdient, sondern durch gesündere, glücklichere Kunden, ja. Und je weniger die kaufen, desto besser eigentlich dann für den Händler. Hauptsache, sie geben bessere Wohlfühlstimmen ab und bessere Gesundheitsdaten. Ja, Herr Wagner, Sie sind dran, auf Herrn Eckenberger zu antworten, auf sein Statement der Kurzzusammenfassung. Ja, Dankeschön. Also ich sehe da zwei Aspekte, die besonders spannend sind. Zum einen ist es wirklich so, dass nicht nur das Demokratiethema interessiert, sondern die Menschen, die wählen, kommen, die wollen natürlich auch attraktive weitere Inhalte, konkrete Inhalte für ihr Leben hören. Und da wurde ja jetzt die Wohlfühlstimme schon so erklärt. Ich finde die auch genial. Also die Wohlfühlstimme ist quasi auf ökonomischer Ebene die Form der Basisdemokratie. Was ich auf der, ich nachher mal entscheidungsmäßigen oder politischen Ebene, mit der freien Argumentekultur so sehe. Jeder kann seine Stimme einbringen, hat volle Informationsfreiheit, kann sich wohlfühlen, dass er nicht in einen Gedankenkäfig gesperrt wird. Und die Wohlfühlstimme sagt, du wirst hier nicht mit irgendwelchen Suchtprodukten oder sonst was abhängig und gesundheitlich kaputt gemacht, sondern es wird wirklich geguckt, was du willst und was dir gut tut. Das, was er ausdrücklich will, auch bei den politischen Entscheidungen, das zeigt er indirekt, also wo er vielleicht sogar sonst Sucht haben wollte. Also wenn jemand ist, der sagt, ich will aber, was weiß ich, die Coca-Cola trinken und ich will jeden Tag das argentinische Rindersteak, egal was für Antibiotika da drinstecken. Im Moment würde der Mensch vielleicht sogar sagen, im gesundheitlichen oder in vielen anderen Bereichen, ich will gerade meinen Suchtkick wieder haben, aber da ist die Wohlfühlstimme eine Brücke dazwischen, dass er das direkt auch will, weil wenn überhaupt, dann wird ein Mensch ja sagen, ich möchte, dass es mir gut geht und ich möchte, dass andere darauf achten, dass es mir gut geht. Das heißt, da ist ein unmittelbarer Impuls, wo er eigentlich sagt, ja, das ist gut für mich, das möchte ich, dass darauf geachtet wird, dass es mir gut geht. Und indem das aber dann ständig gemessen wird, ist es nicht mehr nur ein Augenblick Suchtwohlbefinden, sondern er wird sozusagen hingeführt zu seiner nachhaltigen Gesundheit, seinem nachhaltigen Wohlbefinden. Es ist ein Programm, was am ehesten Aussicht hat, als freiwilliges Programm sozusagen die Menschen aus dieser Konsumsucht zu entwöhnen. Also ein ganz geniales Konzept, was so weit wie möglich die Freiwilligkeit auch zur Basis macht, um die Menschen aus den Irrtümern, womit sie sich selbst schaden, rauszubringen. Übrigens eine Anmerkung zu den Begriffen. Man könnte vielleicht auch sagen, Augenblicksvorteile bringende Irrtümer, weil im Grunde genommen ist es wie bei vielen Suchteffekten so, dass das ja nur Scheinvorteile überhaupt sind. Also sie sind eigentlich gar keine Vorteile, nicht für mich und auch nicht für die anderen. Und dann auch der Reiche, der mich ausbeutet, ist ja kein beneidenswerter, erfüllter Mensch dabei. Also im Prinzip sind es gar keine Vorteile, aber sie sind Augenblicks- oder Splittervorteile wie der Suchtkick. Also weil eigentlich ist Lustempfinden ja tatsächlich etwas, was gut tut, womit die Natur reguliert, dass ich eben etwas empfinde als attraktiv zu tun. Aber bei uns Menschen ist das halt so entgleisungsgefährdet, sag ich mal. Und deshalb ist etwas, was auch an sich nicht schlecht ist, die Lust, oft ein Indikator für falsche Suchtwege. Und da ist es so, dass wenn wir das so benennen würden, zum Beispiel Augenblicksvorteile bringende Irrtümer, das könnte das dann noch deutlicher machen, dass es eigentlich gar keine Vorteile sind für niemanden. Es schadet allen, auch dem Ausbeuter. Ja und ich komme jetzt noch zu einem allerletzten, nämlich das Demokratiethema. Wenn wir uns damit beschäftigen, wir hatten im Eingangsbereich zur Sendung, als wir miteinander auch sprachen, gesehen, es gibt vielleicht ein Thema, was wir noch nicht so gründlich betrachtet haben oder was uns immer wieder neu kalt erwischt, nämlich, dass es zum Teil Schwierigkeiten macht, sogar kontroverse Gesprächspartner zueinander zu bringen, weil heutzutage die Bereitschaft, den gegenteiligen Standpunkt zuzulassen und offen über alles zu diskutieren, wird scheinbar immer unbeliebter. Und stattdessen grassieren Dinge, wie die sogenannte Cancel Culture, also was nicht nach meinem Plan ist oder mir nicht gefällt, soll wegradiert werden, damit es mich nicht stört oder damit es nicht zum Zuge kommt. Und da war ein spannender Gesichtspunkt, den wir vielleicht dann noch weiter besprechen können. Wie sieht es da aus? Hat die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich gar kein Interesse an Basisdemokratie oder dass da Volksentscheide oder irgendwas gemacht werden? Ist das für die Leute uninteressant? Wäre das kein so attraktiver Wahlprogrammpunkt? Und da hatte ich gesagt, ich glaube, da wäre schon ein Interesse, aber dieses Interesse wird manipulativ überdeckt vom bestehenden System. Und diese Manipulationsmechanismen, da könnten wir gerne ein bisschen drüber reden. Da habe ich an mehreren Bereichen sehr schlagkräftige Erfahrungen auch mitgemacht. Ja, Herr Eckenberger, wäre das für Sie okay? Ich würde sagen, wir können von der Antwort auf Ihr Anfangsstatement, könnten wir jetzt noch mal gleich weiterreden, denn ich hätte noch eine ganze Menge, was ich zu Ihrem Anfangsstatement und jetzt zu Herrn Wagner. Dann machen wir noch mal eine Runde weiter, der drei Minuten Runden. Und zwar, ich beginne mal damit, was die Leute auch nicht verstehen, ist, dass die Verdienstzuschüsse das sofortige Ende jedes Lobbyismus und jedes Einflusses der Konzerne auf die Politik bedeuten. Denn was mache ich mit Lobbyismus oder mit Parteispenden oder mit Politikerbestechung indirekt und so weiter? Was mache ich damit? Ich mache immer Folgendes, dass ich Gesetze wie zum Beispiel die Ampel, ach so, da ist noch ein Mikro an, Herr Wagner, dass ich ein Gesetz durchdrücke, nämlich die Ampel soll nicht kommen. Ja, aber gerade dadurch, dass ich jetzt durchdrücke, die Ampel soll nicht kommen, kommt es ja zur Verschlechterung des Wohlfühlens und der Gesundheitsdaten und der Langlebigkeitsdaten bei meinen Kunden. Und da habe ich überhaupt nichts von, weil dann gehen ja meine Verdienstzuschüsse in den Keller. Denn die Herstellerkennung ordnet ja die Gesundheitsergebnisse der Kunden, die häufig meine Produkte kaufen, ordnet das ja eindeutig zu. Das heißt also, ab dem Moment sagen die Unternehmen, nie wieder geben wir einen Cent aus, um auf die Politik einzuwirken, weil wir bezahlen das alles mit den sinkenden Verdienstzuschüssen. Oder dass wir am Ende gar keine Verdienstzuschüsse gehen und dann kriegen wir Pleite. Also das ist erstmal eine wichtige Erkundnis, dass unser Konzept von einer Sekunde auf die andere den Einfluss der Konzerne und des Lobbyismus auf die Politik beendet. Und zwar den Beruf gibt es einfach dann auch nicht mehr, Lobbyist. Das ist der einzige Beruf, den wir blitzschnell in neue Jobs unterbringen müssen, weil es die nicht mehr gibt. Weil die Unternehmen natürlich alle ihre Aufträge sofort zurückziehen, weil sie nichts mehr gewinnen können. Und der zweite Aspekt ist, wir haben ja ein ganzes Programm. Erstens beruhigen wir die Wähler. Wir lassen ihnen die normalen Wahlen, damit alles normal bleibt. Nicht zu viel Revolution. Aber wir geben eben mit der Wohlfühlstimme eine zusätzliche demokratische Möglichkeit und mit dem Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden, diesem Vorwahlsystem, wo quasi eventuell nach einem Jahr ein neuer Staatsmanager, Staatscoach sozusagen von den Wählern in diesen Mini-Volksentscheiden hochgewählt werden kann und den Kanzler, den Ministerpräsidenten, die Ministerpräsidentin herausfordern kann. Und dann kann es Neuwahlen schon nach einem Jahr geben. Das ist wieder Beweglichkeitsdemokratie, muss nicht. Wenn der Politiker selber die Experten einbaut, weil er nämlich freie Argumente-Kultur praktiziert und die Experten alle zu sich einlädt, dann gibt es keinen Experten, der ihn herausfordert, weil der ja sowieso schon für ihn arbeitet. Also werden die Politiker schon durch das Konzept der Vorwahlen-Mini-Volksentscheide gezwungen, schon ein offenes Ohr für die freie Argumente-Kultur und für das Einladen aller neuen Experten, wenn die sich melden, dass er die sofort einlädt und auf die hört, bevor die ihn herausfordern und er dann abgewählt wird, weil er sich quasi ein Gegner geschaffen hat. Ja, also man merkt, und dann der letzte Punkt ist, die Volksentscheide, die kommen auch noch dazu. Und zwar vielleicht alle drei oder alle sechs Monate, wie die Wähler wollen. Ja, man kann ja auch darüber mal einen Volksentscheid machen, in welchen Abständen die Volksentscheide sein sollen. Und wie viele Themen sie beinhalten sollen. Ja, aber ich hoffe, Herr Eckenberger, das zeigt noch ein bisschen tiefer, diese Bandbreite, wie wir eigentlich eine ganz neue, menschlichere Gesellschaft schaffen wollen von die nextscientistsforfuture.de. Aber jetzt erst mal wieder drei Minuten für Herrn Wagner. Ja, ich kann das nur bestätigen, also, dass Konzepte wie die Wohlfühlstimme, wenn frei und offen diskutiert wird, halte ich das Ding für unschlagbar. Also jetzt an seiner Stelle. Aber wir sehen eben, dass an vielen Stellen halt nicht offen diskutiert werden kann. Und dass da eben wegen dieser, ja, Engstirnigkeit der Standpunkte, diesem sektiererischen Ausgrenzen von Gegenstandpunkten, was grassiert, es schwierig wird. Also ich glaube, es wäre kein Problem. Also man könnte in ein Wahlprogramm einer Fragpartei von Anfang an mit reinschreiben. Also wir machen dann Wohlfühlstimme oder sowas. Und das wäre kein Widerspruch. Also man könnte nicht sagen, da setzen jetzt Parteioberer etwas fest gegen den Willen der Bevölkerung. Sondern wir könnten gleich dazu schreiben, wir gehen davon aus, Bitte die letzten zwei Sätze noch mal wiederholen. Gerade war Tonstörung. Mal gucken, ob es jetzt besser ist wieder. Ja, mache ich. Also ich glaube, wir würden gar keine großen Vorwürfe bekommen, wenn wir in ein Fragparteiprogramm gleich mit reinschreiben würden, wir verwirklichen dann auch als wirtschaftliche Basisdemokratie die Wohlfühlstimme. Und man würde uns, glaube ich, nicht vorwerfen, dass wir wie in anderen Parteien willkürlich irgendwelche Standpunkte vorgeben, vorbestimmen, über die Köpfe der Menschen hinweg. Weil wir würden gleichzeitig ja sagen, wir schaffen die freien Argumenteplattformen, auf denen dann alles in Frage gestellt werden kann und womit allem sozusagen aufgeräumt werden kann, wenn es nicht dem Wählerwillen entspricht. Das wäre unser erster Anspruch, dass wir das schaffen. Und dann könnten wir sagen, sollten wir uns dann geirrt haben, dass die Wohlfühlstimme für euch nicht als Selbstverständlichkeit auch mit richtig erscheint, dann nehmen wir die Schuld auf uns und dann könnt ihr sagen, tretet zurück sofort und wie auch immer, und dann wird was anderes gemacht. Aber viele Dinge sind so selbstverständlich, dass es gar kein großes Problem sein wird, die mit hinzuzufügen als buntes, inhaltliches Programm, auch für so eine Fragpartei. Das große Ding ist eben wirklich, was ich vorhin schon ansprach, inwiefern ist eine freie Argumentikulatur und Basisdemokratie, inwiefern ist die als Schlüssel zu allem denn durchführbar? Inwiefern ist die bei Wahlen jetzt etwas, was die Wähler begeistern kann, was sie anzieht? Oder ist es so, dass sie das vielleicht gar nicht richtig wollen? Dass die lieber sagen, ja, ist doch besser, die jetzigen Politiker bestimmen, ist uns viel zu anstrengend und wir wollen auch keine Gegenstandpunkte, also unsere Partei soll regieren und fertig ist das Ding. Und ich glaube, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Denn ich glaube, dass die Menschen schon ein Interesse haben oder dass da ein Interesse geweckt werden könnte für freie Argumente, für offenen Austausch auch zwischen gegensätzlichen Standpunkten und für Basisdemokratie. Aber ich glaube, das wird mit gezielten gesellschaftlichen Manipulationsmechanismen forciert, dass diese sektiererische Engstirnigkeit da ist und dass sogar Ansätze von Basisdemokratie fehlgeleitet werden. Und ich kann das mal nur an einem Beispiel benennen jetzt. Also wir hatten am Anfang darüber geredet, dass wir jemanden, der sich für Basisdemokratie einsetzt, heute auch eigentlich mit einladen wollten oder eine andere Person und dass vielleicht die Gefahr besteht, dass der eine wegen dem anderen nicht kommt, weil dieses Konzept von Basisdemokratie in den Augen vieler zu schräg oder rechtsradikal oder esoterisch oder was auch immer wirken könnte. Und es gibt aber andere gezielt gesteuerte Ansätze von Basisdemokratie, zum Beispiel einen Verein Mehr Demokratie, der sich auch für Basisdemokratie einsetzt. Und da ist halt der Herr Schäuble der Schirmherr und so etwas. Das heißt, da gibt es, ich nenne es Scheinbasisdemokratische Konzepte, die werden vorgeschoben und das Interesse der Menschen, weil die haben viele Erfolge, die freuen sich, dass sie zum Teil erfolgreich sind. Das sind aber Erfolge, die nicht wirklich an diese Großoffenheit und Systemwandel herangehen. Die hatten wir übrigens auch für heute eingeladen. Die sind ja auch eingeladen für heute, aber die haben auch kein Interesse an Demokratie. Das ist die Gefahr, genau. Und ersetzt es noch, ich erkläre es nicht genauer, da kann man in der nächsten Runde dann drauf eingehen. Der Landkreis, aus dem ich komme, Marburg, hat eine Auszeichnung von Ministerien in Berlin bekommen, als vorbildlicher Bürgerdialog, also als Landkreis für vorbildlichen Bürgerdialog, mit Einbeziehung der Bürger. Und wisst ihr, wie das aussieht? Ich karikiere es jetzt ein bisschen. Da hat man die Bürger dann eingeladen. Ich war selbst immer auch mit dabei und hat gesagt, Leute, wir geben euch die Berechtigung mit zu entscheiden. Ganz konkret und greifbar. Wir teilen jetzt erstmal alle in Altersgruppen, und dann teilen wir ein, worüber ihr genau entscheiden könnt. Also Altersgruppe zwischen 70 und 85. Genau konkret, welche Unterhaltungssendungen hättet ihr gerne freitags nachmittags zwischen 17 und 19 Uhr? Ihr könnt voll mitentscheiden. Und hinterher erkläre ich in der nächsten Runde, was für perfide Mechanismen dabei sind. Jetzt müssen wir nur kurz den Herrn Eckenberger fragen, ob er jetzt noch irgendwie, ob ihm noch eine bestimmte Frage gekommen ist. Denn ich könnte jetzt schon wieder antworten. Man sieht es auch. Ich glaube, Sie sehen auch schon wieder eine gewisse, ein Schaubild. Sehen Sie das Schaubild? Bitte kurz Mikro einschalten, Herr Eckenberger. Ja, das sehe ich. Ja. Noch irgendwie eine bestimmte Nachfrage vielleicht jetzt, bevor wir die nächste Antwort, denn wir hätten noch viel zu sagen jetzt zu den Punkten. Also so gesehen habe ich eher Fragen noch für andere Bereiche, die wir teilweise in anderen Konferenzen schon mal angesprochen haben. Ich würde vorschlagen, wir folgen jetzt einfach dem Redefluss, den die bisherigen Ausführungen eingeleitet haben. Und ich kann ja bei Zeiten noch mal... Ja, vielleicht nach der nächsten Runde dann noch mal so was Neues einbringen. Vielleicht ist das dann zusätzlich noch mal... Ja, in der Saison ist es schon angemügt. Alles klar. Dann erkläre ich nämlich jetzt mal... Also erst einmal muss ich noch nachschieben, meine drei Minuten starten, dass die Aufgabe des Arztes ist, in Zukunft durch die Gesundheitskommunen, durch dieses Gesamtfreizeitprogramm, den Spaß am Leben ohne Sucht den Menschen nahe zu bringen, sodass die einfach das Interesse an ihren Suchtmitteln verlieren. Weil das ist aus unserer Sicht der einzige Weg einer erfolgreichen Suchttherapie, dass die Menschen die vorteilbringenden Irrtümer rausschmeißen können aus ihren Köpfen mithilfe des Arztes und der Psychologin oder was auch immer, sodass sie wieder genussfähiger werden, z.B. nicht mehr so sexuell verklemmt sind, wie wir alle erzogen wurden sind. Und dass dann das Interesse an den Suchtmitteln, Alkohol, Zigaretten, Medikamente, Drogen, einfach zurückgeht. Und das ist die eigentliche Aufgabe des Arztes der Zukunft. Dann, die Wähler sehen im Moment, da sie den antikooperativen Anteil ja nicht sehen, haben sie subjektiv keinen Bedarf an Volksentscheiden, weil sie ja eigentlich, sehr viele, die Masse, eigentlich ganz zufrieden ist mit dem, wie es ist. Weil die sehen nur, und ich hoffe, man sieht die Maus, die sehen nur den kooperativen Anteil. Der Onkel Dr. meint es doch gut. Und alles ist Wahrheit. Also die Impfkonzerne, die Pharmakonzerne, das sind Engel in weiß und die meinen es gut mit uns. Deswegen muss ich immer wieder versuchen beizubringen, es gibt einen antikooperativen Anteil, den Sie, liebe Leute, liebe normale Bürger, nicht sehen, weil das nicht vorkommt. Weil in den Medien sind ja quasi die, die öffentlich-rechtlichen Medien beziehen ihr Gehalt großenteils über die Pharmakonzerne und Impfkonzerne. Und das hat zu einer Evolution geführt, dass im Prinzip nur Journalisten, die der gleichen Meinung und gleiche Weltsicht haben wie die Pharmakonzerne und die Impfkonzerne, dass diese sozusagen als einzige wirklich Karriere als Journalist machen konnten. Und deswegen erfahren Sie, liebe Bürger, fast nie etwas außer in öffentlich-rechtlichen, kritischen Fernsehsendungen, etwas über diesen antikooperativen Anteil, über die Skandale im Gesundheitswesen und so weiter. Und dann haben wir die Verschwörungstheoretiker, die allerdings übertreiben und überall Kriminelles und Lügen sehen und kriminelle Lügner sehen. Und wir müssen öffnen für die vorteilbringenden Irrtümer, nämlich dass es eben so ist, dass hier eine Evolution gelaufen ist, dass überall, in allen Teilen der Gesellschaft, und das mache ich dann in der nächsten Runde auch, dass eben es zwangsläufig so sein musste, dass Irrtümer, die ja nichts anderes sind als Mutationen im Geistigen, also dass diese Irrtümer, dass ein Teil der Irrtümer sich als vorteilbringend erwiesen hat, weil er ihnen, liebe Wählerinnen, Schaden zugefügt hat und sie ausgeschmarotzt hat. Zum Beispiel Sozialsparten, die Irrtümer entwickelt haben, die dazu führen, dass sie, liebe Wähler, mehr Geld ausgeben müssen für Massen von Arbeitslosen und Sozialfällen. Und das müssen wir den Wählern offensichtlich beibringen. Das heißt, ohne dass die die vorteilbringenden Irrtümer und das Antikooperative, das Manipulative und das Parasitäre in unseren Gesellschaften nicht verstehen, haben die keinen subjektiven Bedarf nach freier Argumentekultur, Demokratie pur und Volksentscheiden und Vorwahlen, Mini-Volksentscheiden und vielleicht sogar auch nicht mal nach einer Wohlfühlstimme, weil sie nicht die Not sehen, das Problem gar nicht sehen, fürchte ich. Ja, ich beende mal diese Präsentation und danach können Sie dann loslegen, Herr Wagner. Aber erst mal, warten Sie, erst mal die Präsentation hier beenden. So, Präsentation. Sehen Sie jetzt wieder den Normalbildschirm alle? Ich sehe Sie wieder. Und ja, dann, Herr Wagner, Ihre drei Minuten. Erst mal ein technischer Hinweis. Also als Präsentation war eben nur der kleine Kreis in der Mitte mit Council of Vice People und D. Dillon, Präsentation von D. Dillon zu sehen bei mir. Also da ist vielleicht was nicht so richtig eingeschaltet worden als Bild, was wahrscheinlich beabsichtigt war. Ich konnte das mit kooperative Anteile Wahrheit, VIs, konnte ich sehen. Auch mit Maus? Das weiß ich jetzt nicht wahrscheinlich. Beim nächsten Mal mal auf die Maus achten. Aber da ist irgendwie sowieso, Herr Wagner, heute was an Ihrem Computer haben wir zum ersten Mal Tonstörungen. Auch da stimmt was an Ihrem Computer nicht. Okay, das kann sein. Aber bitte loslegen. Vielleicht war die Verbindung zu schlecht für die Präsentation. Kann sein, genau. Okay, ich wollte nur das Feedback geben, damit das nicht unbeobachtet bleibt. Ja, dann jetzt, mir ist noch eingefallen, also ich glaube nicht, man könnte die Wohlfühle auch gleich in so ein Parteiprogramm reinschreiben, ohne als willkürlich manipulativ oder verstoßend gegen die freie Argumentekultur zu gelten. Auch solche Standpunkte wie, dass statt so ein dem Geld hinterher rennender Hamster im kapitalistischen System zu sein, dass es doch lustig wäre alleine, wenn es in der Gesellschaft Freiräume gäbe für solche Kommune-Experimente wie aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommunen mit der Freiheit, dass gleichzeitig Sexualität und Menschlichkeit und Sinn sich da ineinander verbinden. Also ich glaube, wenn man den Menschen allein sowas mal zum Ausprobieren oder als Urlaub machen öffnen würde, statt dass es gesellschaftlich so tabuisiert ist, das würde faszinierenderweise Begeisterung und Leidenschaft wecken können. Aber es wird als Wahlalternative eben rausgenommen. Insofern könnten wir ohne weiteres auch in ein Frag-Parteiprogramm reinschreiben, es gibt wissenschaftliche Begründungen, dass das eigentlich die erfüllendste Lebensweise für uns Menschen ist, für uns denkenden Tiere nach fahrenden Europos. Und wir bieten auch das an, dass Menschen sowas ausprobieren können oder da mal Urlaub machen können in solchen Lebensformen. Genau. Und jetzt komme ich zu diesen Mechanismen. Warum ist es so, dass wir diese Probleme haben, überhaupt ganz gegenteilig denken, Leute in Talkshows einzuladen, wo die dann nicht sagen würden, wir reden gar nicht mit den anderen oder so etwas. Oder warum sind Leute so irregeführt zum Teil mit dem, was Basisdemokratie wäre? Die denken, wir haben schon tolle Basisdemokratie und in Wirklichkeit ist es nur eine Scheinveranstaltung. Ob jetzt eben das, was mehr Demokratie macht mit dem Herrn Schäuble als Schirmherr oder ob es bei mir im Landkreis Marburg ist. Wenn man sagt, ihr könnt voll mitbestimmen und ganz konkret. Und die zwischen 75 und 80 Jahren sollen entleiden, dass sie freitags nachmittags zwischen 17 und 19 Uhr als Unterhaltungsfilme im Fernsehen sehen möchten. Können ganz frei dann entscheiden. Was steckt da für ein Mechanismus hinter? Also es gibt kritische Wissenschaftler, die das sehr genau ja auf den Punkt bringen, wie Rainer Mausfeld oder Norm Schomsky. Und die sagen, es ist der perfideste Betrug eines standemokratischen Systems, dass man bei den Menschen den Eindruck weckt, sie könnten doch frei denken, frei diskutieren. Aber es geschieht auf vorgegebenen Spielwiesen, zersplitterten Spielwiesen. Und gerade dadurch, dass man so tut, als wäre das die echte Basisdemokratie, aber es nicht ranlässt an die wirklichen Hintergrundstrukturen, an die systemischen Fragen, gerade dadurch verstärkt man eigentlich eben diese Manipulation. Es ist eine Scheindemokratie, eine Spielwiese, auf der man die Leute machen lässt. Aber in Wirklichkeit werden sie davon von wirklicher Demokratie weggelenkt. Und das ist etwas, es wäre ganz wichtig, dass wir da Erfolg haben mit Aufklärungsarbeit, damit die Menschen merken, wir werden eigentlich betrogen, belogen und betrogen. Und die freie Argumentekultur, wie sie von der Fragpartei oder von uns angeboten wird, das wäre der echte Ausweg, dass wir wirklich in die Freiheit kommen. Meine Frage ist, sieht man übrigens mein Winken, so dieses Zeitwinken, sieht man das? Ja, dann ist ja gut, dann brauchen wir nichts anderes, wenn man das deutlich sieht. Ja, noch einmal, der Hausarzt lädt ein zu den kostenlosen Tanzkursen, weil er mit den Tanzschulen Partnerschaften eingehen wird. Und dort bei dem kostenlosen Tanzkurs verlieben sich die einsamen, konsumsüchtigen, unglücklichen Singles und lernen wieder Liebe kennen. Und ich habe gerade letztens ein öffentlich-rechtlicher Fernsehbericht hat geschildert, wie, dass das Sexuelle, die sexuellen Ereignisse ständig zurückgehen, und zwar die mit Partnern, also mit Liebespersonen. Also, und dadurch können die Menschen wieder glücklicher werden. Und, ja, und vielleicht noch den einen Satz, bevor Herr Eckenberger dann so nochmal seine nächste Fragen stellt. Ich fürchte, dass das größte Defizit ist, dass, das werde ich dann nachher nochmal wiederholen, dass die vorteilbringenden Irrtümer nicht bekannt sind und dass die Bürger wirklich denken, die Welt wäre in Ordnung. Und das ist, glaube ich, der große Fehler des Ganzen. Ja, Herr Wagner, sind Sie wieder, können Sie wieder hören? Dann kann jetzt Herr Eckenberger mal seine nächste Runde aufmachen. Ich bin da. Ja, danke schön. Also, Sie haben das sehr interessant und deutlich auf den Punkt gebracht, Herr Dillen, mit, dass die Durchschnittsbürger, wenn ich so sagen darf, gar nicht die Not sehen, warum man diese freie Argumentenkultur braucht, weil sie gar nicht auf die Idee kommen und oft sogar... Ja, weil sie letztendlich den antikooperativen Anteil gar nicht sehen können, weil sie auch von vorteilbringenden Irrtümern nichts wissen, ja? Also, die werden ablehnend und die Gesprächsatmosphäre wird ungemütlich, wenn man diese Möglichkeit andeutet. Und das Gespräch funktioniert nicht mehr lange. Das ist ziemlich, tja, also ist einfach krass. Und ja, also unabhängig von dem Gesprächsfluss und der Ideenentwicklung, die Sie jetzt beide hatten, ist eine bleibende Frage für mich. Also, wenn man jetzt einfach die Situation hat, dass scheinbar wenige Leute diese freie Argumentenkultur und all diese Mündigkeit das hinterfragen, wenige Leute finden das total genial und total offensichtlich hilfreich. Und eine Riesenmasse kann scheinbar gar nicht so weit denken, warum das angebracht ist und schafft es nicht, irgendwelche Schubladen, die die einen schlecht hinstellen und die anderen gut, schafft es nicht, diese Schubladen zu verlassen. Und gleichzeitig gibt es keinen weisen Gott, der dem unentwickelten Volk, wenn ich jetzt in so fehlerhaften, unsympathischen Vereinfachung sprechen darf. Also, man kann dem Volk das ja nicht aufzwingen, sondern der Witz ist ja, es muss ja aus innerem Antrieb kommen, sonst gibt es irgendwie noch eine kaputtere Perversion von Paradies oder so. Zumindest war es bisher so, glaube ich. Und ich frage mich, wie ist das geplant? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin total bereichert davon, immer tiefer in diese Materie einzudringen. Aber ich frage mich, ob es, ich hoffe, dass Sie da schon irgendwelche Kniffe erdacht haben. Dankeschön. Ja. Mein Mikro ist an. Ja, ich sehe es gerade. Ja. Ich persönlich muss sagen, gerade heute, wo ich das erlebt habe, dass jetzt also weder, also jetzt zum Beispiel das Wir-2020-Mitglied jetzt nicht da ist, ich sehe es so, es werden eher tendenziell weniger Leute, weil einfach das Entscheidende ist, dass die Menschen das mit den vorteilbringenden Irrtümern nicht verstehen. Denn die vorteilbringenden Irrtümer, die bewirken ja in den Köpfen der Bürger. Ein solcher vorteilbringender Irrtum geht ja nur rein in den Kopf der Bürger, wenn sie ihn für eine Wahrheit halten. Wenn sie also ein Wir-Irrtum für eine Wahrheit halten, sonst würden sie ihn ja rausschmeißen. Und die haben eben aufgenommen, solche vorteilbringenden Irrtümer wie das Leiden, was ich am Leben habe, dass ich, wenn ich Liebeskummer habe und am liebsten von der Brücke springen würde, das ist auch ganz normal, das ist ganz natürlich. Das ist alles, das war schon immer so. Oder wenn Kriege stattfinden und mein Bein abgefetzt wird. Ach, das ist ganz normal, der Mensch ist halt nun mal so ein kriegerisches Wesen. Also die Leute sind sich gar nicht bewusst, dass sie dabei vorteilbringende Irrtümer der Waffenindustrie übernommen haben, die nicht Wahrheit waren. Weil wir müssen, wir haben alle Hinweise, dass der Mensch vor 400.000 Jahren ein pazifistisches Lebewesen war. Also das heißt, ich habe eigentlich nur dieses eine Instrument. Und deswegen, da stoppe ich jetzt mal kurz die Uhr. Ich muss nämlich dann wieder eine Präsentation einschalten. Das dauert ja immer ein paar Sekunden. Vielleicht darf ich ganz kurz einen Gedanken dazu machen. Ich habe die Vermutung, es ist so ein Instinkt, diese und jene Idee ist massentauglich. Mit dieser Idee bin ich eckig nicht an, sondern bin ich halt einer von allen. Und alles ist gut. Und ich habe die Vermutung, dass es so unangenehm scheint, den meisten Leuten zu riskieren, außerhalb dieser Sicherheit zu denken, dass das vielleicht Leute nur zufällig oder also durch durch zufällige Außenseitererlebnisse da reingestoßen werden oder durch irgendwelche besonderen Situationen und das für die Masse einfach, dass gar nicht möglich ist. Aber ich höre schon tausend Kritik an meiner Massenvereinfachung und so weiter. Naja, ich hoffe, wir verstehen mich wenigstens. Herr Wagner, vielleicht mal ganz kurz das Mikro einschalten, ob jetzt die Präsentation sichtbar ist und ob die Maus sichtbar ist. Ich sehe wieder nur den kleinen Kreis in der Mitte und Präsentation, Klammer auf, D, Dellen, Klammer zu. Aber ich kenne ja die Präsentation im Großteil schon. Ach, vielleicht müssen Sie oben rechts irgendwas noch ändern, dass Sie überhaupt die Präsentation sehen können. Vielleicht müssen Sie noch was anklicken. Oben rechts? Oh, entweder eventuell oben rechts. Ich gehe selbst mal auf den Bildschirm. Da kann man oft so zwischen Kacheln auswählen. Man kann sich auch selbst bestimmte Bilder wählen. Und vielleicht haben Sie einen Modus gewählt, der die Präsentation ausschließt. Oben rechts. Ja, mal probieren, ob da was ist. Ich gehe noch mal auf die Präsentation zurück. Also Sie können ja mal rumprobieren, da oben rechts, mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Und vielleicht gibt es ja dann eine, wo die Präsentation dann doch kommt. Ja. Und ich probiere mal. Ja. Ich mache mal weiter. Hören können Sie mich ja. Das heißt also, die Masse, die Masse der Menschen hat ja in den letzten Monaten irgendwie doch ein Teil der Masse hat erkannt, da ist eben doch was nicht so paradiesisch. Sondern es könnte sein, dass da doch vielleicht die Industrie uns nicht nur gut tut, sondern vielleicht auch es einen antikooperativen Anteil gibt. Also das Antikooperative, das Manipulative und das Parasitäre geben könnte. Ja. Aber am Ende sind wir auch hilflos, wenn die Leute nicht verstehen. Und ich gehe jetzt mal mit der Maus noch mal drauf, dass also wenn hier der erste sich Irrende, zum Beispiel Sozialspatler oder Impf-Industrie-Spadler sich irrt und eben glaubt, einen bestimmten Irrtum hat und der dann bei den Kunden im Prinzip zu mehr Kundschaft für ihn führt, zu mehr Karrieremöglichkeiten, zu mehr Verdienstmöglichkeiten führt, dann, und wenn es dem dann gelingt, dass dieser Irrtum übernommen wird von den Zuhörern, dann empfinden die Zuhörer kein Problem. Und wenn er dann noch die Botschaft mitbringt, dass das Leiden, was die Menschen hätten, ganz normal sei, ich denke nur an die Leute im Krankenhaus, die gerade an Krebs sterben, ja, da sagt ihnen der Arzt, ja, das ist halt so, das ist ganz natürlich, Krebs ist eine ganz natürliche Krankheit und sie haben halt jetzt Pech gehabt. Und sie haben vielleicht noch ein bisschen genetisches Pech und seien sie doch froh, dass wir so rührend uns bemühen, ihnen zu helfen. Und dann, dann interpretiert der Patient das also in seinem Kopf, dass die Chemotherapie, die Chemotherapie, die ihn vielleicht gerade faktisch tötet, weil sie ihn total ruiniert und seinen ganzen Körper zerstört, dass das doch ein riesiger, bewundernswerter Rettungsversuch seines Lebens sei. Ja, und diese Umdefinition der Realität, die in diesen vorteilbringenden Irrtümern drin steckt, da haben wir auch kein Mittel, als zu versuchen, darüber aufzuklären. Aber wir sehen ja, es scheint die Leute, bei den Leuten nicht anzukommen. Und dann bleibt am Ende nur der Satz des Weltrates. Am Ende ist alles eine Intelligenzfrage und eine Gehirnfrage und die Menschheit hat seit 400.000 Jahren das Problem der vorteilbringenden Irrtümer und des antikooperativen Anteils nicht verstanden und versteht es halt jetzt immer noch nicht und vielleicht nie, weil denn, letzter Teil, bevor meine Zeit ist schon zu Ende, Sekunde, letzter Teil, weil wir in einem Degenerationsprozess sein könnten. Es gibt ja ganz viele Hinweise dafür, dass wir in den letzten 40.000 Jahren 150 Milliliter Gehirnsubstanz verloren haben, weil eben die Sozialspatler uns ja gelenkt haben in Richtung, dass wir auf unsere Gehirnevolution nicht mehr geachtet haben und dass wir mit diesen kleineren Gehirnen vielleicht die Probleme nie mehr werden lösen können, denn wenn die Gehirne noch kleiner werden, dann werden wir alle wieder zurückgreifen zu, wir nehmen die Axt in die Hand und schlagen dem anderen den Schädel ein und mehr kriegen wir nicht hin. Das war ja auch heute das Thema in der Heute-Nachrichten dieser Politiker Lübke oder so ähnlich, der umgebracht worden war. Ja, weil die Leute nur ein, das verstehen die Leute. Jemanden, der einem nicht passt, den bringe ich um. Fertig. Aber vorteilbringende Irrtümer, antikooperativer Anteil, das Manipulative, viel zu kompliziert. Ich schieße lieber jemanden tot. Und vielleicht ist es so, vielleicht haben wir gar keine Chance und wissen es nur nicht, weil wir grundsätzlich keine Chance haben können, weil die Gehirne gar nicht dafür in der Lage sind, damit umzugehen. So, Herr Wagner. Ihr Mikro, ja. Ja, ich greife das gerne auf, was Sie, Herr Dillen, da gesagt haben und auch der Herr Eckenberger vorher. Ich glaube, dass es tatsächlich traurigerweise vielleicht eine Tatsache sein kann, dass die Menschen die nötige Reife und Verantwortlichkeit nicht aufbringen. Also wir wissen es ja in der Entwicklungspsychologie, es ist klar, was wäre diese Verantwortungsreife, also nicht blind irgendwo hinterher rennen, sondern selber den Horizont aufmachen, kritisch denken. Die höchsten Stufen von Lorenz Kohlberg erreichen ja eben nicht alle. Sondern nur eine kleine Minderheit, Bruchsteile der Menschheit. Und das ist natürlich, also wenn man nicht weiterdenkt, als blind irgendwo hinterher zu rennen, siehe Drittes Reich, siehe Milgram-Experiment, siehe Nachkonzepte, dass die Menschen nur durch kurzfristige Belohnungseffekte motivierbar sind oder steuerbar sind, nicht durch langfristigere Ziele oder Bedenken. also wenn das sich nicht ändern lässt, dann ist es wirklich so, dass natürlich die Mehrheit der Menschheit nicht verantwortungsfähig ist und da kann man nur hoffen, platt gesagt, dass sie sich entweder ausrottet oder dass eben die Computer das eines Tages übernehmen, weil die Algorithmen sind ja lösungsorientiert. Der Algorithmus des Computers sucht nach der besten Lösung und vielleicht ist da im Grunde dann zu sagen, dann geht man nach dem, was aufs Ganze gesehen wirklich Lösung ergibt. Ich sehe im Moment zwei große Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Das eine eben halt wirklich dieses Bewusstsein der Massen und das zweite ist, wir sind von der technischen Entwicklung der Menschheit da, dass jetzt diese digitale Kontroll- und Überwachungsstruktur, was wir ja mit NSA und so schon skandalös vor Augen geführt bekommen haben. Ich denke, entweder ist es schon da oder es steht vor der Tür, aber ich sehe kaum, dass das aufgehalten werden kann. Und im Moment dieses System leider aber gesteuert von ziemlichen Willkürentressensgruppen. Also wir wissen ja, Lobby-Einflüsse in der Wirtschaft und in der Politik. Das heißt, das große Steuerruder, das größte Steuerruder der Menschheitsgeschichte, das alles entscheidende Steuerruder liegt im Moment überwiegend in der Hand von Willkür. Steuerruder. Und da ist die Frage, ob auch im Kreis dieser Willkürsteuerer zumindest ein Anteil sein wird oder ein Anteil an Einsicht sein wird, dass man eine menschliche Verantwortungssteuerung in Menschen, die das aufbringen oder in Teilen der Gesellschaft dazu aufbrechen, dass man das nicht ausrotten muss. Also, dass die Willkürherrscher im Moment mit ihren massenhaften und riesigen Willkürkontrollmechanismen trotzdem sagen, okay, eigentlich ist es schlauer, wenn verantwortlich ans Ganze und langfristige Entwicklung gedacht würde. Unsere Willkürsteuerung ist nicht das schlaueste auf der Welt und wir müssen Teile der Menschheit das begreifen und dazu aufbrechen und auch Modelle dafür schaffen oder eine Partei, die sich dafür einsetzt. Das müssen wir nicht ausrotten. Und ja, also in meinem nächsten Redebeitrag kann ich was dazu sagen, wie ich glaube, wie das am ehesten Gestalt annehmen kann, also mit einer Aufklärungsarbeit, nämlich die nicht nur theoretisch ist, die wirklich wie Zu- und Urlaubselemente Modelle des ganzheitlichen Lebens, der freien Gedanken und des freien Lebens insgesamt erlebbar macht für die Menschen, was sie im Moment gar nicht haben. Ja, wie gesagt, ich halte es für möglich, dass einfach die Menschheit immer stärker noch wieder auf dem Niveau ist, wer mir nicht passt, den erschieße ich und das ist die Lösung. Nachdenken, Verantwortung, höhere Reife oder Nachdenken über Vorteilbringende Irrtümer, über das Manipulative in der Welt und der Gesellschaft doch viel zu kompliziert. Und für die Verschwörungstheoretiker ist es auch ganz einfach, das sind ja alles nur, das Antikooperative gibt es, aber das sind ja alles nur Verbrecher und die schießen wir dann am besten tot. Und schon sind wir wieder nur bei primitiven Lösungen. Herr Eckenberger, was, vielleicht wollen Sie nochmal Statement oder noch Fragen einstreuen? Ja, also klingt ja so, als hätten Sie jetzt auch keine Lösung. Das habe ich befürchtet. So gesehen ist es so, dass ich mir denke, ich will es nochmal deutlich machen, Herr Eckenberger, ich habe zum Beispiel alle Leute, die sich beim Forum registriert haben, haben die Kollegen mir die E-Mail-Adressen gegeben und wir haben die alle eingeladen zur heutigen Talkshow und wir sehen ja, das interessiert alle nicht. Also, es interessiert niemanden. Also, das heißt, dass wir stecken in einem Dilemma, dass, ja, das alles auf sehr einfachen Ebenen geht, ja. Eine Partei, die jetzt sagen würde, ja, also wir müssen die Leute, ich will es mal übertreiben, ja, das hatten wir ja hier in Talkshows, wir stellen die alle vor ein Gericht und machen Nürnberger Prozesse und die werden alle verurteilt, solche Träumereien, ja, das findet wenigstens ein bisschen Interesse, ja, da gibt es dann viele Klicks, ne, aber, aber ein konstruktiver Lösungsweg, das ist nicht spannend genug, das ist, das entspricht nicht dem Hass und dem Neid und dem Zorn, ja, Hass und Neid und Zorn bringen viele Klicks, aber sachliche Lösungen, bringen offensichtlich keine Klicks, ne, das ist der Punkt, an dem wir stehen. Herr Eckenberger, weiter. Ja, also, ich stelle halt fest, in meinem Leben erlebe ich quasi die Gnade, immer heilsamere Perspektiven kennenzulernen und immer mehr Menschen, mit denen ich mich darüber austauschen kann und insofern habe ich wahrscheinlich so eine Art Vertrauen in die Evolution, dass diese Bewusstwerdungsprozesse einfach ihr Ding machen und, 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 und sich in die, in die Seelen oder Bewusstseine der anderen Menschen pflanzen und bei der Gelegenheit fällt mir ein, meine Mutter hat mir erzählt, dass immer um 21.30 Uhr weltweit Menschen zusammenkommen, um, ja, positive Energie bewusst zu teilen. Jetzt ist es 21.33 Uhr, das ist das erste Mal, dass mir das in dem Zeitraum wieder einfällt und, ja, also es ist natürlich immer die, die Königsdisziplin und auf eine Art unangreifbar, wenn man, wenn man selber eben so gut versucht, das vorzuleben, wie man kann und so friedlich mit Kritik umgeht und so weiter und, und einfach darauf hofft, dass das, ja, seine eigene Ausstrahlung, seine eigene Glaubwürdigkeit, seine eigene Überzeugungskraft einfach entfaltet und auf dem Weg eben bestmöglich versucht, diese ganzen Erfahrungen, die man so macht, die guten und die schlechten zu verstehen und, ja, und weiter zu strahlen in Dankbarkeit und, ja, ich glaube, das ist erst mal nach meiner Erkenntnis das Beste, was man so machen kann und ich freue mich halt immer mehr Menschen zu treffen auf dem Weg und möglicherweise wird es immer wundervoller, je mehr Leute in dieses Bewusstsein kommen und je, je, je tollere Lösungen deuten sich an. Also für mich, seit ich, seit ich vor, einem knappen Jahr hier auf Bauernhof Kommunen gegangen bin und Details über natürliches Leben im Einklang mit der Natur kennenlernen durfte, das sind kleine Wunder für mich, wenn ich erfahre, dass Erde sauberer ist als Seife oder sowas und dass man mit Grashalmen abspülen kann und keine, keine Spülmittel braucht und ich vermute, da gibt es noch tausend, tausend schöne Sachen zu lernen zu lernen und darauf freue liebe Leute, die viel gescholtenen Verschwörungstheoretiker haben recht und ich muss wieder die Präsentation einschalten. Sekunde. Wo ist die Präsentation? Präsentation? Hier. So. Auch wenn das nicht alle sehen jetzt, die Zuschauer sehen es auf jeden Fall, denn die sehen das hier. ja, dass wir also die Verschwörungstheoretiker, die überall gescholten werden, die haben mehr Recht als der Mainstream, weil sie immerhin in der Lage sind, den antikooperativen Anteil zu sehen, auch wenn sie den Fehler machen, zu denken, dass der antikooperative Anteil durch kriminelle Lügner und Verbrecher zustande käme, was nicht sein muss, weil es auch ohne Bewusstheit geht. In der Evolution laufen viele Dinge, auch ein Organismus, der selber parasitär ist, der weiß gar nicht, dass er das ist, weil es sind einfach nur Mechanismen und so ist es mit den vorteilbringenden Irrtümern auch. Die Leute glauben bestimmte Irrtümer und merken gar nicht, dass es Irrtümer sind und stellen nur irgendwie fest, dass es dem Geschäft was bringt. Also liebe Leute, liebe Bürger, vielleicht ist das für Sie das, wo Sie den Zugang kriegen können. Alle Verschwörungstheoretiker haben Recht, dass es da was Schlechtes gibt in der Welt, was nicht sein müsste und das wir lösen könnten und wegkriegen könnten. Nur der Fehler ist, ist, dass Sie immer denken, dass dahinter irgendwelche kriminellen Verschwörerbanden stecken würden. Das muss überhaupt nicht stimmen. Das kann mal im Einzelfall stimmen, aber in der Masse aller Fälle geht das auch ganz ohne bewusste Absicht und ganz ohne bewusste Schädigung, weil es eben so ist wie hier. Ja, ich beschreibe es nochmal. Der erste Früh-Sozial-Spartler der Evolution. Ich gehe ganz bewusst nicht auf den Früharzt und Frühhändler ein, sondern auf den Sozial-Spartler, weil wir mittlerweile erkannt haben, dass er die größte Gefahr für unsere Welt ist. Der sagt, ich muss unbedingt darauf achten, dass mir nicht der Fehler passiert, dass ich selber zum Schmarotzer gegenüber der Gesellschaft werde, indem ich lauter Sozialfälle schaffe, damit ich mehr Karriere machen kann. Das ist ein guter Sozial-Spartler, der lebt in der Wahrheit. Aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, das ist wirklich ein Naturgesetz, muss es zwangsläufig, genauso wie Mutationen im Genetischen ja etwas Wertvolles sind und deswegen nicht vom System unterdrückt werden können und dürfen, damit die Evolution funktioniert, dürfen auch gedankliche Mutationen nicht unterdrückt werden und deswegen muss es zwangsläufig zu Irrtümern kommen. Und wenn dann aber in unserem verrückten Tauschhandelssystem, was wir nicht verstanden haben, dieser Irrtum, zum Beispiel der Irrtum hier, Mindestlöhne sind soziale Politik, das ist ein Irrtum. Aber dieser Irrtum führt jetzt zu riesigem Erfolg, weil Mindestlöhne führen dazu, dass alle niedrig qualifizierten Menschen keinen Job mehr kriegen. Denn wenn sie den Mindestlohn nicht an Leistung bringen können, dann kann der Unternehmer die nicht einstellen, also überlässt er sie als Dauerarbeitslose den Sozialspartlern. Und die Sozialspartler, wie zum Beispiel Arbeitsamtmitarbeiter und die ganzen Sozialberufe, reiben sich quasi unbewusst, nicht bewusst die Hände und sagen, ist ja toll, ich habe lauter Kunden, die ich Tag für Tag betreuen kann, ich mache Karriere, unser Apparat wird immer größer und so weiter. Und dann können die hier eben vier Enkel ernähren zum Beispiel und kriegen lauter Schüler und dann wird hier eine Uni aufgemacht und dann wird sozialspartlerisches Denken mit all seinen vorteilbringenden Irrtümern unterrichtet. Und das geht ganz ohne bösartige Verschwörung. Das geht nur mit vorteilbringenden Irrtümern und die Leute sind sich keiner Schuld bewusst. Also bitte abschließend lernen Sie von den Verschwörungstheoretikern. Und die haben im Grundsatz Recht nur haben an einem Punkt Unrecht, dass sie immer denken, es würden Verbrecher hinter allem stecken. Es reicht auch der ganz normale Irrtum, der hinter allem steckt. Der vorteilbringende Irrtum. Ja, Herr Wagner, Sie sind dran, aber warten Sie erst, bis ich die Präsentation beendet habe, sonst kann ich nicht gut zuhören. Präsentation beenden. Konnten Sie, Herr Eckenberger, die Präsentation sehen? Ja. Ja, dann liegt es an Herr Wagners Rechner, da stimmt da was nicht heute. Der Ton ist ja auch so schlecht heute. Ist das heute ein anderer Rechner? Nee, aber ich bin hier so an einer anderen Stelle, auch was den Internetempfang angeht. Ja, der ist katastrophal heute. Ja, genau. Ja, also ich mache mal weiter. Ja. Also ich glaube auch, ich stimme euch dazu, es bleibt uns ja keine andere Hoffnung oder kein sinnvolles Engagement, als so viel wie möglich an Aufklärungsarbeit zu leisten und zu hoffen, dass man damit Wirkung erzielt. Und die beste Aufklärungsarbeit ist ja eben auch nicht nur zu theoretisieren, sondern dass man es ganz auch lebt, was man den Menschen als Freiheit, als Ausweg so demonstrieren will. Und dann muss man einfach auch hoffen, dass da so viel wie möglich guter Einfluss durch zustande kommt. Und das kann einerseits sein, dass vielleicht doch noch, wenn die Menschen mal wirklich erleben dürften, was freie Argumente Kultur ist und Urlaub machen könnten in so einer freien Kommune, wo Menschlichkeit, Sinn, Sexualität und alles eine harmonische Einheit eingeht. Also es ist ja nicht auszuschließen, dass dadurch dann so Schalteffekte dann doch noch zustande kommen, die die Menschheit bekehren. Aber auch wenn das nicht der Fall wäre, es kann natürlich jederzeit alles explodieren und es kann auch eine 1980- oder Big Brother Diktatur entstehen, die der Horror ist und wo wir nie mehr rauskommen. Aber auch wenn jetzt die Mehrheit der Menschen sogar nicht auf diese Verantwortung Schiene kommt, indem wir so viel wie möglich tun, kann es vielleicht ja trotzdem noch eine Kehrtwende sogar in der Geschichte bringen. Also sei es, dass die vernünftigen Leute auch in den jetzigen Willkür herkreisen, dass die sagen, okay, diese langfristige aufs Ganze schauende Verantwortlichkeit, wenn die bei Menschen auftaucht und Menschen da so kleine Lebensformen mitmachen, das muss man nicht austrotten. Das könnte man wie ein Zoo-Element oder sowas, kann man es belassen. Man kann auch gucken, wie wirkt es sich auf uns selbst aus oder auf die Kailbox und die Computer, die eines Tages das Weltgeschehen steuern. Und vielleicht ist es so, das ist ein ganz verrückter Gedanke, vielleicht bekehren wir jetzt die ganze Menschheit. Vielleicht wird die sogar ausgerottet zu einem guten Teil. Aber was wäre, wenn unser vorgelebtes Beispiel ein Impuls ist, der in 100.000 Jahren dem Zentralcomputer, der die Steuerung übernommen hat, den Impuls gibt, seine Steuerungsalgorithmen auf Lösungen fürs Ganze zu programmieren, statt auf kurzsichtigere Teillösungseffekte. Also aber sogar das halte ich gar nicht für ausgeschlossen. Wir haben keine andere Chance, als für diese langfristige Verantwortlichkeit, diese langfristigen Argumente zu tun, was wir können, zu hoffen, dass es irgendwie den Impuls geben kann, dass das mal eines Tages zur Gesamtsteuerung auch werden kann. Und letztes Mal noch, ich glaube, wir sollten die Hoffnung noch nicht aufgeben, also mit denen, die sich da fürs Forum angemeldet haben. Herr Dillen, schicken Sie Ihnen weiter die Einladungen und ich glaube schon, dass ich den einen oder anderen davon ja auch kenne und motivieren kann, dann doch sich mehr zu öffnen und sich den Schub zu geben, den Tritt in den Hintern zu geben, doch dazu zu kommen. Ja, Herr Eckenberger, achso, Moment, Sekunde, meine, meine, Dings hier. Herr Eckenberger, vielleicht Sie wieder? Ein Statement vielleicht mit einer Frage kombiniert? Also, ich überlege gerade, kann sein, dass mir gleich was einfällt. Also, muss jetzt auch nicht, denn ich habe genug Ideen. Dann lasse ich Sie mal wieder ran. Ja, ich mache erst kurz die Präsentation ein, weil ich glaube, das ist das, was der Menschheit neben dem Gedanken der freien Argumentekultur, der ist ja unendlich wichtig. Herr Dillen, wenn ich noch mal fragen darf, ich habe Sie so verstanden, es gab eine simulierte Bundestagswahl, ich weiß nicht mehr, ob das 1000 Wähler waren, und da hat der Weltrat der Weisen 56% der Stimmen eingeheimst. und dann habe ich so verstanden, dass Sie mit Ihrem Gedankengut an sämtliche relevanten Personen des gesellschaftlichen Lebens getreten sind, zumindest des politischen und wirtschaftlichen nehme ich an, und das über kurz oder lang immer Desinteresse zurückgespiegelt wurde. Und ist natürlich, ist natürlich, tja. Ja, immer teilweise, teilweise Begeisterung, aber irgendwie ging es nie weiter, weil dieses tiefere Verstehen, dass es besser ist, wenn der Arzt belohnt wird für Krankheitsverhinderung und für Gesundheitsförderung, das fehlt, weil da kommt dann einfach das Argument, ja, der Onkel Doktor meint es doch gut und damit sind alle Probleme gelöst, weil man diesen Blick für die vorteilbringenden Irrtümer nicht hat. Und wenn man da ja keinen, da man ja da keinen Blick hat für, passiert auch nichts. Also faszinierend finde ich, ich habe gehört, dass je weiter in einem Land die Schere zwischen Arm und Reich auseinander geht, umso mehr psychische Krankheiten gibt es generell und umso weniger hoch ist auch die Lebensqualität für die Superreichen und deswegen denke ich mir, wahrscheinlich werden doch ein paar von den Superreichen diese ganze Sache verstehen und spannend, dass die nicht intervenieren und das aufgreifen. Und mich würde versuchen wir ja die ganze Zeit zu erreichen. Man kommt aber auch an die nicht ran, man kommt einfach an die nicht ran, denn es wird ja ein Superreicher reichen wie Mark Zuckerberg, wenn der das verstehen würde, dann würde es sofort die Weltheilung geben. Das sind die Vorteile, wenn wenige Leute die Welt regieren, dass ein Vernünftiger von denen schon viel ausrichten kann. Ja, okay, also jedenfalls frage ich mich, was quasi, ich nehme an, Sie machen halt einfach weiter und tragen so viel Sie können Ihre Ideen an hoffentlich möglichst einflussreiche Leute heran. Ja gut, das war es schon. Sie hatten ja auch letztens gefragt, so wie das ist mit den Politikern, übrigens habe ich ausgerechnet, das, was unser jetziges System an finanziellem Verlust, wir haben ja über die 500 Milliarden gesprochen und ich hatte die Frage nicht richtig verstanden, es ist so, dass das sind etwa 8000 Euro im Jahr, die jedem normal arbeitenden Bürger entgehen durch unser jetziges System, also jetzt, ich spreche jetzt nur über die finanzielle Seite, nicht über die Glücksseite, ja, 8000 Euro pro Jahr entgehen jedem Arbeitnehmer finanziell, das sind etwa 700 Euro im Monat und diese, also quasi das würde der Wähler durch unsere Reformen mit diesen 500 Milliarden jährlich werden das pro Kopf 700 Euro im Monat bei, sagen wir mal, also für die Arbeitnehmer, für alle arbeitenden Menschen, denn das Sozialsystem muss man davon ja getrennt sehen, also 700 Euro im Monat plus, 8000 Euro im Jahr plus, netto steuerfrei, das würde das bedeuten, also unsere, der wirtschaftliche Teil unserer Reformen, ja, wenn die Leute eben nicht mehr krank leben, sondern gesund leben und glücklich leben und dann viel weniger Schäden entstehen überall, ja, und das andere war die Frage nach gewesen, nach dem, wie die Politiker, also ob der Weltrat, ob da irgendjemand anfangen würde und plötzlich sagen würde, ich will aber jetzt Geld, damit ich weiter mitmache, es wird immer genügend geben unter den Zwanzigen, deswegen gibt es ja ungefähr 20, ja, damit immer am Ende zwei, drei übrig bleiben, die alles unentgeltlich machen und die dann auch die versprochenen Reformen zu Ende warten, denn darum ging es ja, dass die Reformen müssen auch gewartet werden, ja, und da wird es immer zwei, drei Leute geben, die sich an ihr Versprechen halten und auch wenn die anderen dann Geld wollen oder so, bleiben immer zwei, drei übrig, da habe ich keine, keine Probleme, immer, ja, und mindestens bleibe ich übrig, weil ich ja gezeigt habe, dass ich Millionen Gelder ausgegeben habe, meines privaten Geldes, eine Million Euro etwa, für Projekte, für Wohngemeinschaftsprojekte, für Kommunenprojekte und so weiter und weil mich Geld da eben nicht interessiert hat, ja, ich hoffe, Sie hören mich gut, vielleicht mal, wenn nicht, jemand was sagen, aber das hätten Sie schon gesagt, wenn es irgendwie, wenn man mich nicht hören würde. Wir hören Sie gut. Ja, ja. Also noch einmal, liebe Wählerinnen, ich spreche ganz bewusst die Wähler an, weil ich habe ja keine Chance, wir haben keine Chance, wenn wir die, wenn die Wähler oder die Reichen uns nicht verstehen, dann haben wir keine Chance, ja, ein Reicher würde reichen, äh, liebe Leute, es gibt das unnötige Leiden und das haben die Verschwörungstheoretiker erkannt. Es gibt unnötiges Leiden. Das Leiden, was Sie erleiden, ist nicht natürlich, ist nicht normal, das ist unnatürlich. Insofern haben all diese Verschwörungstheoretiker recht. Aber es ist eben nicht so, dass jeder, jeder Nahrungskonzern Sie bewusst vergiftet. Das ist keine bewusste Verschwörung. Es geht nicht darum, sie alle umzubringen oder zu vergiften durch krankmachende Ernährung. Nein. Aber es sind vorteilbringende Irrtümer, dass die Leute wirklich glauben, dass der Zucker zum Beispiel, der so, und die Süßstoffe, die so ungeheuer billig sind in der Produktion, die man zu jedem Produkt beimengen kann, da ist der vorteilbringende Irrtum der, dass diese harmlos seien. und die Konzerne glauben selber ihren Irrtum, dass dieser Zuckerzusatz harmlos sei und sie sind sich gar nicht bewusst, dass sie damit faktisch Sie, liebe Wählerinnen, vergiften und ihre Gesundheit und ihr Leben zerstören und ihre Langlebigkeit drastisch verkürzen, dass sie eigentlich 40 Jahre länger leben könnten, wenn es diese Vergiftungen nicht gäbe. Aber es ist eben nicht so, dass da Verbrecher zusammensitzen und überlegen, wie sie sie ermorden können. Da gehen die Verschwörungstheoretiker etwas zu weit. Aber hören Sie sich von mir aus alles an, was Verschwörungstheoretiker sagen. Da ist mehr Wahrheit drin, als in dem, was die Mainstream-Medien ihnen erzählen, es sei alles in Ordnung. Das stimmt nicht. Es ist nicht alles in Ordnung. Ihr Leiden ist großenteils unnötig. Ihr Krebsleiden ist unnötig, Ihr Herzinfarkt ist unnötig, Ihr Liebeskummer ist unnötig, all Ihr Leiden am Leben ist unnötig. Und das können Sie mithilfe der Verschwörungstheoretiker erfahren. Und deswegen stoppe ich jetzt die Präsentation. Herr Wagner kann sich schon mal bereit machen. jetzt müssten Sie uns wieder sehen, alle im normalen Modus und Herr Wagner kann loslegen. Ja, danke schön. Ich will zwei Aspekte noch aufgreifen. Einmal nochmal die verstärkende Problembeschreibung und dann auch nochmal etwas anschaulich die Ausweg Strategien, die wir verfolgen können. Zur Problembeschreibung nochmal, ich hatte schon gesagt, die Menschen, was Ihr jetzt auch gesagt habt, die Menschen lassen sich belügen und betrügen, sie lassen sich mit Augenblickseffekten und Augenblicks Belohnungen von langfristigen Schäden ablenken, die sie selbst mit verursachen und die sie selbst auch treffen. Und dahinter stehen durchaus neben dieser eigenen fehlenden Bereitschaft mal wirklich die Augen weit aufzumachen, den Horizont zu öffnen die Vorhänge zu schauen, also nicht wie ein grassierbarer Hamster mitzurennen. Wir haben gesagt, es ist die Gefahr, dass das bei den Menschen zu stark ist, also dieses Conventional Level statt des Post-Conventional Levels. Und also neben dieser Möglichkeit ist es so, dass da eben wirklich auch Mechanismen wirken, wie, dass man für Demokratie und Mitentscheiden auf äußere symptomatische Spielwiesen geschickt wird, als Ablenkung davon, dass man von den systemischen Bereichen den Dingen hinter den letzten Vorhängen eher systematisch ferngehalten wird und dass da eben keine Demokratie und kein Gehen nach Argumenten stattfindet. Also das sind die Mechanismen, die so fehlerhaft sind und zum Teil aus Eigendynamik, weil auch die alternativen Szenen und Initiativen selbst sich gerne mit den Symptomen dann beschäftigen, statt mit der systemischen Vension, aber zum Teil auch gefordert von oben, wie da Geld verkriegen oder Leute eingeschleust werden. Also ich hatte gerade bevor ich jetzt hier zu euch gekommen bin, eine Online-Konferenz mit Leuten von der Erdkater und da steckt eigentlich in der Erdkater wirklich diese systemische Dimension mit drin und wieder ist da überwiegend aber die Ablenkung von wegen lasst uns mal Plakate machen in die Dörfer und Städte bringen, dass die Leute auch mal ab und zu Bäumchen pflanzen können und eine Holzzahnbürste statt einer Plastik nehmen können alles auch gut und schön aber wenn es den Blick verengt dann ist es Ablenkung vom systemischen und damit eine ganz trügerische Form von neuem Opium für das Volk heutzutage so und dann zur Lösungsstrategie nochmal also ich glaube wir können nichts besseres tun als auf allen Ebenen zu tun was in unseren Kräften steht und ich bin sehr für diese Doppelstrategie das was wir jetzt auch machen oder was der Herr Dillen da ja auch versucht auch mit der Einflussnahme über Partei und so auch wenn ich das selber nicht machen kann wo ich keine solchen staatlichen Machtmittel direkt selbst in die Hände nehmen kann ich kann da schon ansatzweise mitwirken ich halte es für wichtig und den Menschen irgendwie auch durchs eigene Vorleben solche Zellen solche Zubereiche von freiem verantwortlichen Leben vorzumachen und ihnen vielleicht die Bereitschaft zu ermöglichen die Möglichkeit zu geben da auch was weiß ich mal rein zu schnuppern oder eben mal Urlaub zu machen oder sonst was Praktikum zu machen es würde schon spannende Effekte auslösen können wenn das was heute als Möglichkeit nicht da ist geboten wird nämlich wirklich mal den offenen Horizont hautnah erleben zu können und zu schauen was das mit einem macht und wie es einen glücklich macht also ich mit meinem Aussteigerleben für mich ist richtig das Denken der höchste Flash mehr als jeder Drogenrausch oder jeder sexuelle Orgasmus geben könnte ich bin denkendes Wesen habe Vernunft Seele bin geistiges Wesen und das ist die höchste Erfüllung ja dann starte ich doch mal die Präsentation auch wenn es nur der Herr Eckenberger sieht aber ich versuche es ja sozusagen Ich habe es zuletzt auch gesehen Ah ja also manchmal klappt es vielleicht klappt es ja dann beim nächsten Mal wir haben ja die nächsten Talkshows am Sonntag und dann darauf den Freitag erst wieder wenn es dann vielleicht mit einem besseren Standplatz für den Computer klappen könnte das wäre gut vielleicht näher am Fenster oder irgendwas anderes ja jetzt mal die Präsentation sehen Sie irgendwie Augenblick jetzt könnten Sie was sehen kommt da was eventuell bei dem einen oder anderen ich gehe mal davon aus dass bei dem einen oder anderen was erscheint ja danke danke und zwar ich will nichts unversucht lassen liebe Wählerinnen Sie glauben als normaler Bürger dass im Moment auch alles in Ordnung ist aber die Verschwörungstheoretiker haben mehr recht als alles was sie im Mainstream hören denn die sind viel näher an der Wahrheit als Sie liebe Wählerinnen die Sie dem Mainstream glauben der Mainstream kann Ihnen nicht die Wahrheit sagen weil er einem Evolutionsprozess unterlegen ist ich schildere ihn mal kurz hier am Bild hier ich hoffe man sieht die Maus hier dieser Frühjournalist der sagt ja also das Problem ist ich darf eigentlich nie Geld nehmen denn wenn ich als Journalist einmal Werbegelder einnehme dann wirkt das Gesetz was Brot ich esse das Lied ich sing also darf eigentlich Werbe für Werbung darf ich nie Geld darf nie Geld eingenommen werden die Medien müssen immer grundsätzlich werbefrei sein das ist ein guter Frühjournalist ja der lebt in der Wahrheit weil sofort beginnt ein Evolutionsprozess wenn Geld im Spiel ist dass man den Werbekunden nicht mehr wehtun darf sie nicht mehr kritisieren darf ja und jetzt kommt aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt es zu einem Journalisten einem Frühjournalisten der sich irrt und der jetzt sagt ja hoppla ist doch völlig in Ordnung dass ich ein bisschen Werbegelder beziehe dass wir Werbespots von der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie und der Impfindustrie senden und so weiter ist doch völlig in Ordnung beeinflusst mich doch überhaupt nicht ja dass aber dann eigentlich der Prozess folgender ist der Journalist der einfach seine Werbekunden kritisiert der verliert seine Werbekunden und er kann eben nicht hier mehrere Enkelkinder und Urenkelkinder ernähren sondern stirbt er aus und macht keine Karriere als Journalist während derjenige der also sozusagen generell genauso denkt wie die Werbekunden also von vornherein gar nicht erst in einen Konflikt kommt der macht plötzlich die Riesen Karriere weil die Werbekunden begeistert sind dass er in seinen Artikeln und in seinen Fernsehsendungen quasi ja die Sichtweise der Werbekunden bestätigt und dadurch kann der natürlich dann viele Kinder und Enkel ernähren und breit sich aus mit seinen Irrtümern und an den Journalisten Universitäten und Schulen werden natürlich genau die Weltperspektiven Standard die Werbekunden freundlich sind also daraus resultiert aus naturwissenschaftlicher Gesetzmäßigkeit muss es als bewiesen gelten dass die öffentlich-rechtlichen Medien ihnen niemals die Wahrheit sagen können weil sie grundsätzlich nicht in der Lage sind den Konzernen zu widersprechen das heißt sie sind nicht in der Lage hier haben wir den Früharzt und Frühhändler den sich früh erinnernden Früharzt der also sagt nein ihr Immunsystem und gesunde Ernährung gesunder Lebensstil sind völlig unwichtig das sind so allmächtige Dinge so Dinge die wir später Viren Bakterien und Pilze nennen werden die sind allmächtig und die sind die einzige Krankheitsursache ihr Immunsystem spielt überhaupt keine Rolle und ihre Ernährung spielt keine Rolle nein sie müssen uns einfach unsere medizinischen Produkte abkaufen unsere Impfungen und Tests und Masken und Bestrahlung und Chemotherapien und Operationen und nur dann werden sie gesund ansonsten geht es ihnen ganz dreckig ja und die Leute glauben diese Irrtümer der Onkel Doktor meint es ja gut und dadurch dass sie das glauben werden sie quasi ermordet von der Medizin Industrie die Medizin Industrie tötet sie liebe Wählerinnen und die Verschwörungstheoretiker sagen ihnen das nur dadurch dass die Verschwörungstheoretiker machen sich dadurch so unglaubwürdig weil sie immer sagen das ist ein kriminelles Komplott man will die Menschen über die Medizin abschlachten und will die Bevölkerung auf 500 Millionen reduzieren in denen da geplant wird wie sie liebe Wählerinnen alle vergiftet werden das ist übertrieben es kann sein dass keiner es schlecht meint dass es alles gutmeinende Menschen sind und die bringen sie aber trotzdem um weil sie nämlich ihre Irrtümer glauben weil sie die Irrtümer glauben die sie an die Universität gelernt haben und diese Irrtümer sind für sie tödlich automatisch da braucht es gar keine kriminelle Verschwörung braucht es gar nicht ja also ich glaube Herr Wagner ist dran ich fahre nur gerade die Präsentation wieder zurück ist zwar alles ein bisschen umständlich aber ich glaube es dauert ja nicht ewig so Herr Wagner schon mal vorbereiten und ja ich glaube jetzt haben wir wieder den normalen Modus ne ja alles gut ja ich bedanke im Prinzip sehe ich das letzte was ich zum Abschluss in der Vorrunde gesagt habe als einen guten Hauptimpuls den ich so noch setzen kann nämlich also ich habe mich selbst immer in meinem Leben zum Versuchskanien auch gemacht für die Theorien die mir in den Kopf gekommen sind oder die ich von außen dann so auch aufnehmen konnte und ich würde jedem empfehlen das auch so zu sehen der beste Beweis ist was man im eigenen Leben machen kann was man verändern kann und wie man sich damit fühlt und auch also jetzt verantwortungsmäßig Verantwortung heißt ja für die Folgen gerade stehen zu können so weit man schauen kann da auch zu gucken dass man falsches abstellt oder auch im direkten Umfeld dass man eben sieht wie offenes zuhören und das liebevolle und den anderen Menschen fördernde was das bewirken kann also da steckt eine überzeugungskraft drin ich kann nur jeden einladen sich für solche Experimente zu öffnen und es führt dazu dass unerwartete Veränderungseffekte Flash-Effekte innerlich auftreten können die dann das negativ oder pessimistische was jetzt aus manchen Äußerungen hier am heutigen Abend aus unseren Beschreibungen herausgehört werden konnte relativieren können also das ist das Schöne daran und das was einen tragen kann und man merkt es ja das pessimistische leider das realistische ne ja Prinzip Hoffnung bleibt trotzdem das Schöne und das worauf man bauen muss so ja aber ich will das auch mal deutlich machen also ich schenken wirken nicht für die nötige systemische veränderung und so was also man kann sich ja mal überlegen ein Gedanke den ich immer da auch einbringe ist nicht nur dass wir eine erste freie Argumente plattform bräuchten wo alle Argumente gesehen werden können und zumindest gute Absicht besteht nach Argumente Qualität statt Korruption zu gehen wie toll wäre es denn macht euch das mal klar liebe Zuschauer wie schön wäre es wir könnten so etwas genießen so eine Freiheit des Geistes und ein freies miteinander nachdenken planen und entscheiden und wir haben alle zu tun im Alltagsleben mit Konflikten und Intrigen und Mobbing und hinterm Rücken Schlechtmacherei und was auch immer und trotzdem gibt es also sogar jetzt in der Erdkaterinitiative bemühe ich mich seit Jahren darum dass innerhalb der eigenen Initiative wo man sagt wir sind für gewaltfreie Kommunikation und Basisdemokratie dass man eine sichere Ansprechstelle schafft für Leute die auf Probleme oder Konflikte stoßen und die möchten dass nach Argumenten gegangen wird statt irgendwelchen anderen Durchsetzungsmethoden Mobbing und so es gibt immer noch diese sichere Ansprechstelle nicht und das kann uns klar machen was da für Lücken sind Lücken unter denen wir aber auch leiden wenn sie nicht entstehen wenn wir es nicht schaffen sie herbeizuführen deshalb versucht in der Richtung mitzumachen zu gucken was man für so langfristige Verantwortlichkeit in seinem Inneren und um sich herum machen kann und erfahrt das Glück was darin liegt ja dankeschön da ist noch ein Mikro an vielleicht war auch der Lautsprecher zu laut dass es dann mit der Stimme gestört hat vielleicht wenn sie Herr Wagner dann gleich bei ihrem Schlusswort vielleicht auch nochmal den Lautsprecher viel leiser machen der scheint ja recht laut gewesen zu sein sonst hätte ich es jetzt eben im Mikrofon nicht gehört immer den Lautsprecher am untersten Rand betreiben so leise wie gerade nur möglich auch meine Kopfhörer habe ich so leise wie möglich eingestellt aber Herr Eckenberger ich hoffe dass es dass Sie nachvollziehen können dass mein Versuch vielleicht über dieses Stichwort Verschwörungstheoretiker und da vielleicht mal genauer hinzuhören ja dass es vielleicht so möglich sein könnte dass die Leute sich doch ein bisschen öffnen dafür dass es eben das unnötige schlechte gibt ja dass eben nicht alles gut ist weil der Onkel Doktor es ja gut meint und der Supermarktleiter meint es doch gut aber trotzdem sind die Sachen mit Gift verseucht ja weil es eben Vorteile bringende Irrtümer gibt ja ich hoffe dass diese Strategie dass Sie nachvollziehen können dass die vielleicht unsere einzige Chance ist wir müssen den Menschen klar sagen dass ihr Leben viel unglücklicher ist als es sein könnte weil es eben doch das Antikooperative das Manipulative das Parasitäre in unseren Gesellschaften gibt und das in erster Linie über die Vorteil bringenden Irrtümer also es muss keine kriminelle Verschwörung dahinter stecken wo so ein paar Verbrecher sich zusammensetzen und die Welt kaputt machen wollen oder so es geht auch ganz ohne böse Absichten das ist einfach der Systemfehler unseres Systems das ohne positive Anreize Einfach die Vorteil bringenden Irrtümer unheimlich effizient sich ausbreiten und alles kaputt machen und ja vielleicht erst Herr Eckenberger auch denken Sie dran auch Ihr Mikrofon relativ leise wobei Sie heute keine Tonprobleme hatten Ja schön ja kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen für mich ist so ein ziemlich offensichtlicher Gedanke ich möchte doch auch dass Leute sich auf meine Ideen einlassen dann lasse ich mich halt auch auf die anderen Ideen ein was du nicht willst was man hier tut wie es in den Wald hineinschallt aber kann man anscheinend noch überzeugender vorleben versuche ich insofern gebe ich einfach mal weiter Ja Herr Wagner mal den Lautsprecher deutlich leiser stellen vielleicht wird dann der Ton besser das schauen auf das was langfristig gesund ist also mit so Mitteln wie Wohlfühlstimme helfen würden aus diesen kurzsichtigen Schädigungseffekten heraus das schöne erfreuliche Vorteile bringen kann für unser Leben und tolles wäre vielleicht mal einfach nur auszuprobieren wie ist das Leben in so einer aufgeklärten Schenker Bonoburg Kommune mit der großen Freiheit für Menschlichkeit für Sinn für Sexualität für die Sinnlichkeit also das ist ja vielleicht ist es eine ansteckende Perspektive die man damit geben kann und Dank an euch und Dank an alle Menschen die und bereit sind vorwärts zu experimentieren ja also wir haben dann jetzt sozusagen zwei Strategien heute gehabt dass man Herr Wagner eher sagt Leute schaut mal in Kommunen Leben rein und das kann ich nur bestätigen ich war ja bei den Gurus in Indien und habe selbst eigene Kommunen aufgebaut war in Kommunen alle hatten sie Riesen Probleme aber auf der anderen Seite habe ich da auch eine Glücksmenge erfahren wo ich ganz klar sage dass liebe Wählerinnen das was sie im Moment als Leben empfinden ist überhaupt kein Leben das ist nur Vegetieren das ist das was die vorteilbringenden Irrtümer das Antikooperative das Manipulative und das Parasitäre übrig gelassen hat von ihrem Leben Leben das ist der Rest der kleine Rest der noch übrig ist davon und die next scientists for future wollen ihnen das zurückgeben und über die hausarzt gesundheits kommune quasi den weg wieder zu unserem natürlichen urmatriarchalen pazifistischen bonoboschenker kommunenleben wieder zurückführen aber natürlich alles auf freiwilligkeits basis nur wer mag wer nicht mag macht was anderes und insofern haben wir zwei strategien die menschen überzeugen über über kennenlernen in kommunen dass das leben ja eigentlich doch ganz anders sein könnte und mit all den mängeln die die kommunen heutzutage haben auch unsere kommunen hatten riesige probleme auch von außen dann der druck und so weiter die zerstörung von außen und und wir haben den weg dass die leute verstehen können indem sie die vorteilbringenden irrtümer verstehen dass sie verstehen können dass die verschwörungstheoretiker allen stück recht haben auch wenn sie es ein bisschen übertreiben mit der unterstellung dass es überall verbrecher pläne schmieden würden ja sozusagen das ist aber dass trotzdem dass es gibt das unnötige leiden in der gesellschaft liebe wählerinnen und wenn diese sendung sie veröffnen könnte vielleicht dafür mal in eine kommune zu gehen sich was anzuschauen damit zu experimentieren herr eckenberger hat plätze frei bitte noch mal nicken dazu und herr wagner hat auch plätze frei und ich habe erfahrung damit und kann das nur bestätigen dass auch wenn die kommunen nicht ideal laufen ich habe dort das größte glück erfahren was was völlig anders ist als unser normales leben das ist dagegen nichts gewesen ja und ich halte empfinde das normale leben das sie liebe wählerinnen leben als gar nicht leben das hat mit leben nichts zu tun auch jetzt so wie ich lebe im moment weil ich nicht in der kommune lebe weil die eben auch viele Probleme haben die Kommunen ich lebe eigentlich gar nicht wir leben alle nicht wir funktionieren irgendwie aber wir leben alle nicht und genau das wollen die reform der next scientists for future erzeugen dass du über diese positiven anreize das schlechte tun verschwindet das antikooperative nur noch das gute tun übrig bleibt und dann die gesamte wirtschaft nur ein Ziel hat mein Wohlfühlen zu steigern meine Gesundheit zu steigern meine Langlebigkeit zu steigern und mein Glücklichsein zu steigern weil es nur noch dafür Geld gibt und dabei am Rande nebenbei was mir völlig unwichtig ist auch noch meinen Reichtum zu steigern mit 700 Euro zusätzlich pro Monat netto steuerfrei aber das wäre mir völlig unwichtig das ist mir das unwichtigste daran und viele externe Reformer und Experten die fixieren sich aufs Geld das wäre für mich der unwichtigste Teil in dem ganzen Reformgeschehen will jemand noch irgendwas zum Schluss kurz sagen ansonsten können wir die Sendung beenden ja ja dank lasst in die wahrheit und vollkommen so wie es geht alles klar her eckenberger ja so gesehen erinnern wir uns an das reine gefühl was wir als unschuldige traum mutige kinder hatten und mit der energie lasst uns unsere ziele ansteuern und auch dank und bis bald ja lasst uns an die Kindheit erinnern ich erinnere mich an die Kindheit wie schön es war als ich mit der Nachbarstochter noch Doktorspiele machen durfte angstfrei und dann meine Mutter Ängste bekommen hat weil das ja so nicht üblich ist in der Gesellschaft und dann ihre Angst sich auf mich übertragen hat womit sie gesagt mir signalisiert hat irgendwas ist schlecht dass man so Körperkontakt mit der hübschen Nachbar Tochter hat das ist irgendwie böse und schlecht und schmutzig die Mutter macht der Mutter macht Angst also macht es mir jetzt auch Angst ja also das das ist der Punkt unser Leben endet durch diese vorteilbringenden Irrtümer nämlich dass Körperkontakt schmutzig und schlecht und böse ist in fast jeder Form das zerstört unser Glück und wir alle leben in einer körperfeindlichen total sexualitäts unterdrückerischen Kultur und ich hoffe dass wir das ändern können aber nur wenn sie liebe Wählerinnen mitmachen und nicht einfach sagen nee ich bleibe dabei alle meine ist gut ich lebe im Paradies auch die bisschen Kriege die bisschen zerfetztes Bein durch eine Schusswunde oder so ein bisschen ein paar Terroranschläge und dann so ein bisschen Krebs und so ein bisschen Herzinfarkt ich lebe doch im Paradies das ist das was der normale Wähler glaubt nachdem er vollgestopft wurde mit den vorteilbringenden Irrtümer der Spaten die an ihm Profite machen im jetzigen Zustand also deswegen brauchen wir diese positiven Anreize Belohnung für Gutes tun damit diese vorteilbringenden Irrtümer endlich aussterben und damit das Manipulative verschwindet ja war es das können wir alle nicken ja dann tschüssi bis zum nächsten mal tschüssi das war es mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute Demokratie pur Talkshow Talkshow Demokratie pur freie Argumente Plattform mit Gästen von der FRAG-Partei tschüssi bis bald tschüssi 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 tschüssi